Und jetzt gehen wir wieder zurück ins K1. Das heißt, wir verlassen die MW-Szene. Wir wollen wieder Thai-Boxing, Kickboxen kämpfen. Professionell Thai-Boxing in der Gewissklasse bis 70 Kilogramm. Hier kommt zu euch aus Slowenien, Plasch Goscha! Wir wollen wieder Thai-Boxing in der Gewissklasse bis 70 Kilogramm. Hier kommt die MW-Szene. Wir wollen 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 die MW-Szene. Meine Damen und Herren, aus Slowenien, auf der Blue Corner, das ist Plasch Goscha! Wir wollen die MW-Szene. Wir wollen die MW-Szene. Wir wollen die MW-Szene. Wir wollen die MW-Szene. Sein Gegner hat uns schon einige wunderschöne Sensationskämpfe abgeliefert. Wir wollen die MW-Szene. Wir wollen die MW-Szene. Wir wollen die MW-Szene. Ich bin da auf dem Kazern. Na habt ihr das gesehen? Der hat ein paar Schläger in der Hand, weil der ist noch ein bisschen. Hier kommt euch auf den Kanzler! Als du you grew up, will you show me what you've done? You've come to know, how can you be able to be? Man, man, man! Man, 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 man! Man, 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 man! This is Ali Spas! Go to the party! Hey! Bundestag, 3 2 2 2 2 2 3 6 6 7 8 1-2-3-2-4 Brav, brav, super. Popruchel, popolmog. Popruchel, popolmog. Steig! Passt, leu, pruchel, auf der Nesne Nog. Das ist ein Foto! Nein, Mannen! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.